Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ich diese Motivtorte gemacht habe, denn diese habe ich zur Konfirmation der Tochter meiner allerbesten Freundin hergestellt. In meinem letzten Video habe ich euch schon den Blumentopper gezeigt, der hier oben auf der Torte drauf sitzt. Das seht ihr jetzt in diesem Video nicht mehr, aber wenn ihr hier rechts oben auf die Infocard drückt, da verlinke ich euch mein letztes Video mit dem Blumentopper. Da könnt ihr natürlich gerne nochmal reinschalten und euch anschauen, wie ich diesen hergestellt habe. Heute zeige ich euch, wie ich die Torte dekoriert habe, wie ich sie gefüllt habe, wie ich die Buchstaben gemacht habe und das Cakeboard gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich teile mir Motivtorten meistens auf drei Tage auf. Ich arbeite etwa zwei bis drei Tage an so einer Torte und teile mir das immer so ein bisschen ein, dass ich jeden Tag etwas mache. Denn A muss die Torte bzw. der Kuchen ja auch immer wieder mal stehen, fest werden. Der Kuchen muss kalt werden, wenn er gebacken ist, etc. Ich mache es so, dass ich am ersten Tag meistens den Kuchen backe und auch die Garnage oder die Buttercreme herstelle, je nachdem mit was ich die Torte einstreiche. Am zweiten Tag wird die Torte gefüllt und eventuell auch mit der Garnage oder der Buttercreme eingestrichen. Und am dritten Tag mache ich meistens die komplette Torte dann fertig, also Fondant, Dekoration, etc. Die Dekoration, die auf solchen Torten drauf sind, die könnt ihr ohne Bedenken schon einige Tage im Voraus vorbereiten. Also wie gesagt, so 10, 14 Tage ist überhaupt kein Thema. Gerade diesen Blumentopper habe ich sowieso 14 Tage zuvor schon gemacht, dass dieser nämlich richtig fest wurde und ich ihn ohne Probleme dekorieren konnte. Also wie gesagt, bereitet euch das ruhig schon einige Tage vorher vor. Dann habt ihr nämlich an den Tagen, wo ihr euch um die Torte kümmert, nämlich diesen Stressfaktor weg. Ich will euch jetzt aber nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt das Video. Schaut es auf jeden Fall bis zum Schluss, damit sich eventuell alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr denn noch Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Da könnt ihr mir die Frage reinschreiben und ich beantworte sie euch gerne. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Torten-Tutorial. Hier habe ich jetzt meine drei Teige. Hier rechts im Vordergrund seht ihr einen Biskuit-Teig. Den habe ich in einer 22 cm Form gebacken. Hier hinten ist mein klassisches Wunderkuchen-Rezept in einer 28 cm Form. Und hier links vorne ist ein Schokonusskuchen. Den habe ich in einer 14 cm Form gebacken. Hier habe ich auch schon die Cakeboards zugeschnitten. Die sind genau auf die Größe meiner Kuchen zugeschnitten. Ich habe jetzt meine Kuchen richtig gut abkühlen lassen. Am besten backt ihr sie schon an einem Tag zuvor. Und am zweiten Tag habe ich sie hier dann gefüllt. Dieses ist jetzt hier der unterste Kuchen, den ich mit einer Pfirsich-Maracuja-Füllung gefüllt habe. Das weiße, was ihr hier auf der Torte seht, das ist Saftstopp. Das habe ich bewusst gemacht, weil so eine Motiv-Torte muss ja doch mal zwei Tage halten, dass sie nicht so durchweicht. Am Rand habe ich natürlich eine fondant-taugliche Buttercreme gespritzt. Wie ihr das macht, verlinke ich euch nochmal in einem Video. Da seht ihr das nochmal ganz genau. Dann dieses mache ich einfach, weil die Füllung nicht fondant-tauglich ist. Und so mit dieser Buttercreme ist diese Pfirsich-Maracuja-Creme richtig gut nach außen hin abisoliert. Hier gebe ich jetzt nochmal auf die Oberfläche die Buttercreme. Die streiche ich jetzt nochmal glatt. Und dann wandert mein Kuchen für etwa eine Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank, bevor ich sie dann komplett mit der Buttercreme einstreiche. So sah sie dann aus, nachdem ich den Tortenrahmen abgenommen habe. Ich bestreiche sie jetzt komplett mit der Buttercreme. Ich zeige euch das hier in diesem Video jetzt nur im Schnelldurchlauf, weil einfach sonst das Video viel zu lange wird. Und ich habe dazu noch ein separates Video, was ihr jetzt auch verlinkt bekommt. Da könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen. Wichtig ist, dass ihr die Kante auch immer wieder mit einer geraden und rechtwinkligen Teigkarte richtig schön abzieht, sodass das Ganze auch schön sauber und glatt ist. Hier oben, das was jetzt übersteht, geht wunderbar mit einer Winkelpalette weg. Und so arbeitet ihr die erste Schicht. Dann wandert der Kuchen für etwa 15 bis 20 Minuten wieder in den Kühlschrank. Dann ist die Buttercreme-Schicht fest. Und dann könnt ihr noch eine zweite oder vielleicht auch noch eine dritte Schicht drüber arbeiten. Hier gehe ich jetzt dann auch zum Fondant-Eindecken der Torte. Ich habe die jetzt ja in mehreren Schichten mit Buttercreme eingestrichen. Und nun steht sie im Kühlschrank. Ich rolle meinen Fondant hier jetzt richtig schön dünn aus. Nicht zu dick. Und achte natürlich auch drauf, dass ich keine Luftbläschen im Fondant habe. Und stelle das Ganze jetzt hier auf meinen Drehteller. Ich hatte das jetzt mit Folie abgedeckt, damit die Buttercreme mir nicht austrocknet. Und so kleide ich jetzt die Torte mit dem Fondant ein. Mit der Handkante immer schön von oben nach unten streichen. Unten, ihr seht das mit der rechten Hand, nehme ich immer den Fondant etwas weg von der Torte. Und mit der linken Hand streiche ich das immer von oben nach unten. So mache ich das drumrum, bis ich einmal rundherum bin. Und so bekommt ihr auch jede Torte richtig schön faltenfrei eingedeckt. Sorry, das Bild ist jetzt leider ein bisschen unscharf. Aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich wollte das euch aber hier zeigen. Mit einem Marzipanmesser könnt ihr super diesen Überstand auch abnehmen. Und dann wird natürlich die Torte mit dem Tortenkletter auch richtig schön geklettet. Die kleine Torte, das war die Schokonusstorte, die habe ich mit einer Ganache eingestrichen. Das habe ich euch jetzt hier nicht mehr gezeigt, weil die habe ich jetzt einfach ungefüllt gelassen und nur mit einer Ganache eingestrichen. Auch diese wird genauso wie eben die große mit dem gleichfarbigen Fondant eingekleidet. Die mittlere Torte, die habe ich mit einer Himbeer-Creme gefüllt. Und das zeige ich euch jetzt auch hier. Ich habe hier auch schon meine Biscuits schon durchgeteilt. Und tränke diese jetzt nochmal mit Orangensaft, sodass sie auch richtig schön saftig sind. Und spritze auch hier, wie bei der großen Torte, natürlich einen Buttercreme-Rand, weil die Himbeer-Füllung nämlich nicht mit dem Fondant in Berührung kommen darf. Dann gebe ich in die Mitte die Himbeer-Füllung und so arbeite ich mich bis ganz nach oben durch. Den Deckel, der ganz oben drauf kommt, den tränke ich natürlich von innen und setze das Ganze dann auf die Torte drauf. Und auch diese wandert jetzt erstmal in den Kühlschrank, bevor sie dann mit Buttercreme eingestrichen wird, was ihr jetzt hier schon im fertigen Zustand seht. Ich habe mich entschieden, diese Torte mit einer Buttercreme-Bordüre zu verzieren. Und dazu markiere ich mir etwa im 2,5 cm Abstand erstmal Linien und nehme hier diese Tülle, setze die jetzt mit dieser dicken Seite an die Torte an und fahre jetzt hier an meinen Strichen von links nach rechts. Die Striche habe ich jetzt einfach nur vorher gemacht, damit meine Rüsche nämlich auch richtig schön gleichmäßig wird. Und so fahre ich jetzt von unten bis ganz nach oben durch. Wichtig ist, wie gesagt, bei dieser Methode, dass ihr das dicke Ende von der Spritztülle in Richtung der Torte anlegt. Das schmale Ende ist nach vorne und ihr arbeitet mit dem Spritzbeutel bzw. die Spritztülle läuft parallel zu der Torte. Also ihr müsst wirklich den Spritzbeutel richtig schön parallel zur Torte halten und so wird die Torte rundherum mit der Buttercreme verziert. Als meine Torten dann soweit fertig waren und kühl standen, habe ich hier mein Cakeboard vorbereitet. Hier habe ich eine 10 mm Kaperplatte mir zurechtgeschnitten und diese verziere ich jetzt mit einer Sugarfile-Matte, die ich mir schon ein paar Tage zuvor vorbereitet hatte. Das klebe ich jetzt einfach mit Zuckerkleber hier auf das Cakeboard drauf. Wichtig ist auch nur am Rand, ihr seht, es ist jetzt in der Mitte hin, wird selbstverständlich ein bisschen faltig, aber das ist nicht so schlimm, denn da steht die Torte drauf. Diese Falten drücke ich jetzt einfach zusammen und schneide das mit der Schere ab und wie gesagt, nachher steht die Torte drauf und dann sieht man das auch nicht mehr. Das Ganze habe ich dann noch mit Pearl Spray abgesprüht, sodass ich noch einen schönen Perl-Mutt-Klimmer auf meiner Tortenplatte erhalte. Zum Tortenaufsetzen habe ich in der Mitte jetzt erstmal etwas Ganache aufgestrichen und habe jetzt erstmal die große Torte hier drauf gesetzt. Und dann habe ich mit dem Tortenrahmen, mit dem ich die mittlere Torte gebacken habe, mir genau die Mitte markiert, denn das Ganze muss gestützt werden. Und damit ich die Stützen auch an passender Stelle reinsteche und damit man sie nachher nicht sieht, habe ich es mir vorher anmarkiert, wie groß die mittlere Torte ist. Und dann habe ich hier mir entsprechend meine Tortendübel mit einem Sägemesser zurechtgeschnitten. Vier Stück an der Anzahl, die stecke ich jetzt hier hinein. Auch hier, damit die Torte anklebt, etwas Schokoladengarnache und dann kann die mittlere Torte auch schon aufgesetzt werden. Und genau dasselbe arbeiten wir natürlich auch mit der dritten Etage. Der Unterschied nur hier, hier nehme ich keine Tortendübel mehr, hier nehme ich einfach nur Strohhalme, weil die obere Torte ist ja meistens relativ leicht oder sie war bei mir jetzt relativ leicht. Und da haben die Strohhalme zum Stützen vollkommen ausgereicht. Im nächsten Schritt habe ich dann hier die gelbe Bordüre gemacht, die um die obere und untere Torte noch drumherum kam. Hier hatte ich ein Pad mit erhabenen Blumen. Das drücke ich hier einfach auf meinen nicht zu dünn ausgerollten Fondant auf. Natürlich habe ich das Ganze jetzt auch noch gerade geschnitten. Das mache ich hier mit einem Pizzarädchen. Unten, also an der linken Seite, habe ich es gerade abgeschnitten und an der rechten Seite etwas wellig abgeschnitten. Dann bepinsel ich meine Torte im unteren Bereich mit etwas Zuckerkleber. Hier achtet natürlich darauf, dass ihr bei der Torte hinten anfangt, dass ihr nachher die Naht hier nämlich im hinteren Bereich der Torte auch habt. Im nächsten Schritt habe ich mir dann Buchstaben ausgestochen. Hier habe ich Blütenpaste genommen, die ich mir nicht zu dünn und nicht zu dick ausgerollt habe. Das sind Buchstaben, die funktionieren am besten mit Blütenpaste. Ich steche das hier aus und lasse diese Buchstaben, so wie ihr das jetzt an der rechten Seite seht, etwa eine halbe, dreiviertel Stunde liegen. Und jetzt sind die auch etwas angetrocknet und dann lassen die sich auch super mit einer Nadel, ich nehme jetzt hier eine Modelliernadel, ihr könnt auch eine Stecknadel verwenden, hier super, kann man die dann auch rauslösen. Den Blumentopper habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt, was ich euch jetzt verlinke. Schaut es euch bitte an, denn da könnt ihr genau sehen, wie ich die Rosen, die gelben Blumen und auch die Schmetterlinge, die nachher noch an meiner Torte dran saßen, nämlich hergestellt habe. Dann gebe ich natürlich auch noch meine anderen Deko-Elemente an, nämlich die Buchstaben, die ich vorbereitet hatte. Und von meinem Blumentopper hatte ich auch noch einige Blumen übrig, die ich dann natürlich auch noch an diversen Stellen auf der Torte verteilt habe. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Natürlich wurde mein Cakeboard auch noch mit einem Bändchen verziert, damit auch die Kante des Cakeboards richtig schön aussah. Ich habe es im hinteren Bereich dann mit einer Stecknadel fixiert. Zum Schluss habe ich noch hier ein Perlenbändchen gemacht. Hier ein Perlenbändchen. Wenn ich richtig informiert bin, kommt das aus dem schwedischen Bereich. Die bunten Perlen, die haben alle eine verschiedene Bedeutung. Und meine Freundin wollte natürlich, dass dieses Perlenbändchen auch noch mit an die Torte kommt. Und so habe ich natürlich wie in meiner Vorlage aus Fondant die Perlen geformt. Ich habe sie mir erst mal hier locker auf meine Arbeitsplatte aufgelegt, bevor ich sie dann zum Schluss an die Torte angeklebt habe. Ganz zum Schluss. Die oberste Perle ist natürlich die Gottesperle. Da habe ich mir einfach eine weiße Fondantkugel gerollt, gebe das hier in einen Behälter, mit Deckel, gebe hier etwas goldene Puderfarbe dazu, schüttel das. Und schon habe ich eine goldene Perle, die ganz nach oben an dem Bändchen angeklebt wird. Und schon habe ich eine goldene Perle, die ganz nach oben an dem Bändchen angeklebt wird. Und schon habe ich eine goldene Perle, die ganz nach oben an dem Bändchen angeklebt wird. Und schon habe ich eine goldene Perle, die ganz nach oben an dem Bändchen angeklebt wird.